Die zweite Yashahime-Staffel erscheint auf Blu-Ray, A Couple of Cocos erhält eine zweite Staffel, Aniplex und Kadokawa planen ein großes Anime-News-Event, dies und viele weitere interessante Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan und das hier sind die Otaku-News. Lasst uns loslegen! Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von der Healer Who Was Banished From His Party ist In Fact The Strongest, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in welchem das Opening vorgestellt wird. Die neue Fantasy-Serie, welche im Oktober in Japan startet, entsteht unter der Leitung von Regisseur Keisuke Onishi, welcher Episodendirektor bei Gothic war, im Studio L. Während Tomoki Mizuno das Charakter-Design beisteuert. Das Opening Saikyo! Saiko! Brave My Heart! stammt von der japanischen Synchronsprecherin Hina Tachibana, welche das Ending von Gods Game wie Play beisteuerte und in der Anime-Umsetzung den Charakter Amiya spricht. Ein Simu-Cast wurde zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht angekündigt. Der Anime adoptiert die gleichnamige originale Leitnovel von Kageki no Ko, welche seit Mai 2018 auf der Shusetskani Nao-Webseite veröffentlicht wird. Eine Manga-Umsetzung von Miwa Narumi erscheint seit 2020 im Gaugau Monster Magazine. Beide Werke sind nicht auf Deutsch erhältlich. Amazon nahm innerhalb der letzten Tage wieder mehrere neue Anime-Produkte online, welche ab sofort mit Preisgarantie vorbestellt werden können. Für Oktober plant Grandschule zum Beispiel die Veröffentlichung der Gesamtausgabe von 8686, Darling in the Franks, sowie My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1. Darüber hinaus erscheint eine Collectors Edition der ersten Chainsaw Man Staffel. Aber auch Detektiv Conan, die Halloween-Braut-Plus-TV-Special wird erscheinen und viele, 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 viele mehr. Auf den Twitter-Accounts der Anime-Adoption von Quality as a Range in Another World und Dungeon People wurde vor wenigen Tagen angegeben, dass die jeweils nächste Episode beider Serien später erscheinen wird. Die fünfte Episode der 13-teiligen Anime-Umsetzung von Quality as a Range in Another World wird demzufolge nicht am 2. August, sondern erst am 9. August im japanischen Fernsehen ausgestrahlt, sowie bei Grandschule mit deutschen Untertiteln im SimoCast gezeigt. Auch bei Dungeon People ist die fünfte Episode der insgesamt zwölfteiligen Serie betroffen, die nach einer einwöchigen Verschiebung erst am 9. August im japanischen Fernsehen zu sehen sein wird und hierzulande bei Amazon auf Anniverse im Originalton mit deutschen Untertiteln dann erscheint. Beide Serien pausieren aufgrund von Übertragungen der Olympischen Sommerspiele 2024, die derzeit in Paris stattfinden. Auf dem Twitter-Account der Anime-Adoption von A Couple of Cocos wurde verkündet, dass diese mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Bislang ist lediglich bekannt, dass die zweite Staffel der Rom-Com-Serie im Laufe des nächsten Jahres im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Weitere Details, wie etwa die Mitwirkenden an der Produktion oder ein Startdatum, stehen bislang noch aus. Wir halten euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten dazu gibt. Also abonniert unseren Kanal, stellt die Glocke auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Die 24-teilige erste A Couple of Cocos-Staffel entstand unter der Regie von Yoshiyuki Shirahata, dem Episodendirector bei The Dangers in My Heart, in den Studios Shin-Ei Animation und Synergy SP. Aniplex und Kato Kawa gaben vor kurzem bekannt, dass man nächste Woche ein gemeinsames Event veranstalten wird, bei dem es unter anderem Neuigkeiten zu zahlreichen kommenden Anime-Titeln geben soll. Das Aniplex Kato Kawa Anime Festival findet am 2. August um 19 Uhr japanischer Zeit, also 12 Uhr in Europa, statt und wird per Livestream auf YouTube und Abema auch im Internet übertragen. Als Ehrengäste werden mehrere Synchronsprecher anwesend sein. Im Rahmen der Veranstaltung soll es neue Informationen zu den Fortsetzungen von The Irregular at Magic High School, Sword Art on an Alternative Gungale Online und Rascal Do's Not Dream, sowie weitere Details zu den Adoptionen von Demon Lord 2099, I'm Getting Married to a Girl I Hate und I May Be a Guide Receptionist But I Will Solo Any Boss to Clock Out on Time geben. Darüber hinaus ist auch die Ankündigung einer mit Spannung erwarteten neuen Anime-Adoption geplant. Um was es sich dabei handeln könnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt. Allerdings wäre eine Fortsetzung zur Sword Art Online Hauptserie durchaus möglich. Das war unsere Otaku-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen doch einen Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool. Drückt die Glocke, stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne natürlich auf unserem Discord-Server besuchen, uns per Paypal, Patreon, eine YouTube-Mitgliedschaft oder seit neuestem auch mit einem Super-Sanks unterstützen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Oder ganz einfach, ihr teilt dieses Video und empfiehlt uns, euren Freunden, weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! Bis dahin, macht's nicht gut.